Herzlich Willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Registrierkassen. Das High-End-Produkt in unserem Registrierkassetest geht an deren Registrierkasse. Top Design, hochwertige, elektronische Touchscreen-Kasse mit bedienerfreundlichem Multi-Touch-Display, hat alles was Sie benötigen. Großes Display mit 15,6 Zoll, hervorragende 1.366 x 768 Pixel-Auflösung, top aktuelle Kassensoftware mit zahlreichen Funktionen. Neue High-End-Touch-Kasse, individuell programmierbar und perfekte Komplettkassenlösung optional auch mit Bank-A-Mart-Terminal, Möglichkeit zur Erweiterung zum Order-System. Küchendrücker, Tegendrücker als Bundle-Set oder als einzelnes Zubehör für Restaurant, Einzelhändler, Geschäft. Zuverlässiges Kassensystem mit Umsatzüberwachung in Echtzeit, Offline und Online verwendbar, ist GOPT und GDPD-U-RIDI und entspricht auch der RKSV sowie TSE-Anforderungen und ist somit Finanzamtkonform 2022. Die vorinstallierte Software überzeugt durch intuitive Bedienbarkeit und bietet alle Features, die man für den reibungslosen Betrieb braucht, Rückgeldrechner, Tischfunktion, Möglichkeit Tische zu splitten, unkomplizierte, kinderleichte Änderung von Artikeln online in der Cloud und vieles mehr. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist deren Registrierkasse. Kompakte, robuste, elektronische Kasse mit bedienerfreundlichem Multi-Touch-Display hat alles, was Sie benötigen, bereits integriert. Leistungsstarker Seiko-Drucker mit Thermodruck für 80 mm Thermorollen, großes Display mit 11,6 Zoll, 178 Grad Sichtwinkel und hervorragender Auflösung. Neue High-End-Touch-Kasse, individuell programmierbar und perfekte Komplettkassenlösung optional auch mit Bankomart-Terminal, Möglichkeit zur Erweiterung zum Ordersystem, Küchendrücker, Tekendrücker als Bundleset oder als einzelnes Zubehör für Restaurant, Einzelhändler, Geschäft. Zuverlässiges Kassensystem mit Umsatzüberwachung in Echtzeit, Offline und Online verwendbar, ist GOPT und GDP-DU-RIDI und entspricht auch der RKSV sowie TSE-Anforderungen und ist somit finanzamtkonform 2022. Die vorinstallierte Software überzeugt durch intuitive Bedienbarkeit und bietet alle Features, die man für den reibungslosen Betrieb braucht, Rückgeldrechner, Tischfunktion, Möglichkeit Tische zu splitten, unkomplizierte, kinderleichte Änderung von Artikeln online in der Cloud. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Registrierkassetest ist der Sharp XE A137X. Alle, die auf ein modernes Designwert legen und dabei nicht auf sinnvolle Features und innovative Technik verzichten möchten, sollten bei der XE A137X genau hinschauen. Die trendigen Kassensysteme erscheinen in hellgrau oder schwarz und verfügen über eine praktische Ablage auf der Oberfläche. Die Modelle sind mit einem zertifizierten TSE 8 GB in Form einer SD-WOM-Karte ausgestattet und entsprechen damit den Kassenvorschriften. Damit sind Ihre Kasseneinzeldaten revisionssicher und Sie können der nächsten Betriebsprüfung gelassen entgegensehen. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen. – Vielen Dank.